In einer neuen Folge von Minecraft Valhalla auf meinem Kanal, Folge 3 mittlerweile. Mit dabei ist wieder mal MineKing. Ey, Leute, moin moin. Ich weiß nicht mal, warum ich immer was sagen will. Wieso sage ich jedes Mal halb... Wo bist du eigentlich hin? Ich bin irgendwo am Stripmine. Und hoffe auf dir. Kannst du noch mal zu dem Erderaum zurückkommen? Ja, ich kann es versuchen. Es wäre halt nice, wenn du mir dann ein bisschen Essen hast, weil ich habe halt... Ja, ich habe noch ein bisschen, also nicht mehr viel. Ja, vielleicht müssen wir dann... Oh Gott, das war ja so gut. Vielleicht müssen wir uns dann... Wir könnten halt... Wisst ihr, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten ein Enchanting-Table machen. Dann können wir an die Oberfläche für Zuckere und Kühe farm. Dann können wir uns ein paar Bücherregale machen, ins Nether gehen. Dort Level farm und dann, ja. Zeug, also was Erd angeht. Oh ja, moin, die nehmen vielleicht doch nicht auf. Ja, das ist ganz entspannt. Nein, das ist ein Skelett. Ey, ich bin so gut wie tot. Flore, äh, Kürbissamen. Ey, was mache ich? Da vorne sind überall Monster und ich komme nicht zu dir. Und ich habe kein Essen, nix. Alter, was war das denn? Ich brauche mich jetzt hier einfach raus in der Hoffnung, dass mich niemand findet. Ey, ich darf halt nicht sterben. Soll ich den goldenen Apfel essen? Na, im Notfall isst lieber den goldenen Apfel, ja. Okay. Ich habe ihn ready. Ja, wenn du stirbst. Ja, das Ding ist, ich muss halt noch einen Hit aushalten. Du hättest noch einen Hit aus. Ja, also ich habe auch einen Halbherzen halt. Ess ihn, Alter. Das ist nicht wertvoll. Soll ich? Ey, Junge, ich habe so viel Gold. Ess ihn. Ja, okay. Ich kann uns drei neue Goldäpfel machen mit meinem Gold. Ja gut, ja, stimmt. Den Enderman. Was ist die Sache? Ja, komm, mach einfach, Alter. Mach ich gleich, aber deshalb, weil ich gerade deswegen nicht. Okay, ich bin im Erderaum. Okay, ich komme gleich zurück. Ich bin in die eine Richtung gegangen, weil ich habe hier gerade nochmal was, wo wir noch nicht waren, was auf perfekter Diabue ist. Okay. Warte, ich mache das hier noch schnell fertig. Also hier ist ja eine Schlucht. Warte mal, hier warst du glaube ich schon, weil hier ist nämlich ein platzierter Steinblock. Ja, ja, das kann gut sein, ich war schon viel Norden. Ah ja, gut, wenn hier noch Kohle ist, ja hier ist noch Kohle, dann warst du hier und nicht ich. Ja, ja. Aber hier ist ein... Ja, ja, ich bin da, wo der große Labersee ist. Wo du vorhin es erzählt hattest. Was ist hier lang? Ach so. Das muss ich... Ja, ich bin in diesem Höhensystem, wo du warst. Aber du hast das Gold hängen lassen, Alter. Hä? Das, weil da war ich nicht. Doch, weil da ist der große Labersee. Ja, weil ich... Also ich... Das war an der Deck, das hat er nicht weit gesehen. Okay. Ich bin maximal verwöhnt. Mein Zeug. Ey, willst du mich verarschen? Der Goldapfel hat mir nur zwei Goldherzen gebracht und drei und halbherzen. Also es hat mir zwei normale Herzen gebracht. Was ist das denn? Ja, hier ist auch eine platzierte Fackel. Hier warst du safe. Ja, ja. Es kann gut sein. Ich habe manchmal ein bisschen... Ja, ich habe auch nur noch 28. Ich meine noch 28. Ich bin vor Verwirrung. Wo kam der? Ja, ich glaube von hier. Wo ist das denn? Diese Minen sind einfach so gefährlich. Ja, ja. Ja, ja. Oh, der hat nicht gehört, der Enderman. Keine Idee. Ehrenlos. Oh, ich höre gerade voll den nervigen Sound. Hallo. Oh Gott, bin ich erschrocken. Moin, moin. Servus. Was wollen wir hier machen? Jetzt hier. Äh, ich würde kurz beraten alles. Wobei, nee, ich würde sagen, wir graben uns jetzt hier hoch an die Oberwelt, ja. Okay, warte, dann nehme ich, mache ich mir noch kurz eine Pickaxe. Kannst du kurz den Crafting Table hinbauen? Den kann ich noch kurz Obsidian mitnehmen für den, äh, Crafting Table. Ja, für den Enchantment Table. Ja, ich mache den Enchantment Table. Okay, ich mache mir einfach eine, okay? Dann, wir müssen ja nicht die wassten. Ja, ja, eben. Okay, ich habe eine gemacht, so. So, äh. Okay, dann hole ich mir das Ganze, das Ganze noch. Ah, ist ja sogar hier unten. Perfekt. Ja, ja, ich weiß. Dann baue ich hier mal kurz ab mit Hoffnung, dass ich jetzt nicht in Lava falle. Ich trat währenddessen ein bisschen. Ja, ja, mach du mal. Kannst ja den Weg nach oben erstmal bauen. Ich habe gesagt, ich berate ein bisschen. Ach so. Ich grabe ein bisschen. Ja, egal. Kannst du beides machen. Ja, ach so. Ding ist uns auch wieder beigetreten. Ich dachte, die sind runtergegangen. Jetzt wissen die halt, dass wir Eisbacke-Challis, das wissen die ja, dass wir Obsidian abgebaut haben, ne? Stimmt. Wobei, es könnte auch sein, dass wir eine Kiste gefunden haben, wobei Obsidian drin war. Ja, gut, ja. Warte. Oh Gott. Oh, lol. Ich werde fast in Lava geplumpst. Kiste. Oder warte, wie heißt das? Ruhe. Oh Gott, da kommt einfach so ein Zombie angelaufen, Alter. Was machst du denn? Alter, Obsidian, es geht so lange. Da kommt der nächste Zombie. Lol, wie ist das hier unten in ein Zombie-Dorf geboren, Dings? Wack. Eine unterirdische, äh, Village-Dings? Unterirdische Store. Perfekter Clickbait-Titel. Ein unterirdisches Dorf in Minecraft. Real oder doch nur fake? Ich weiß nicht, ob ich meine Folgen benennen werde. Also Folge 1 wird heißen, ähm, der Start von Minecraft war Halle auf meinem Kanal wahrscheinlich. Ja. Der zweite wird heißen, der Mien-Schacht und die Dias. Und, äh, der dritte, also die jetzt, die wir jetzt gerade aufnehmen, weiß ich noch nicht. Da überlege ich gerade noch. Vielleicht, wir wollen ja dann, ähm, Bücher machen oder so, irgendwas so. Alter, wie viele Spinnen hat es hier eigentlich auch? Ich würde auch sagen, wenn wir dann oben sind, tun wir uns, ähm, eine Basisbau, eine kleine, oder? Ich weiß nicht, wollen wir nicht einfach durchziehen? Kurz, ähm, ins Nether gehen und so? Dann bauen wir erstmal Bücher. Stimmt. Dann machen wir einfach eine große Zuckerrohr-Farm und, ja, töten Tür. Weil ich habe hier Erde, übel viel. Ja, ich bin oben. Okay, gut. Ja, ich habe auch gleich, ich brauche noch einen einzigen Obsidian. Dann habe ich, äh, für ein Portal und für den Zaubertruck. Ich habe mich gar nicht von der Stelle bewegt. Ich habe mich genau daneben rausgekommen, wo die Sand gefarmt haben, ne? Alles auf. Okay, ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt hoch. Alles, laufe einfach den Weg hoch. Ich nehme die Workbench mal mit. Brauchst du nicht, ich habe genug Holz. Ja, ich eigentlich auch, aber egal. Äh, wo hast du dich denn hochgebaut? Neben der Workbench, direkt in einen Block links daneben. Ah ja, okay. Ist es nicht gerade schwer zu sehen? Ja, ich schon nicht, ja. Ah ja. Okay, da kann ich da nochmal einen Beitrag leisten. Hier auf jeden Fall noch Eisen, hast du irgendwo Gold? Ah ja, hier hinten. Da ist auch noch Gold, ja, perfekt. Kannst du die Werkbench platzieren, wenn du die jetzt mitgenommen hast? Äh, ja, warte mal. Kein Ding. Ich habe sonst auch noch vier Öfen. Ach, die Öfen, wenn ich wollte gerade neue gewaffen, deswegen. Ja, okay. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Äh, ja. Das sind die lästige Bieste, oh Gott. Oh mein Gott, ich bin ja fast tot. Scheiße, stimmt. Da war ja was. Wir müssen weg, Alter. Ja. Ich muss mich erstmal kurz eh einbauen. Äh, hast du mir Essen irgendwas? Oder musst du mir kurz was jagen? Wie kannst du mir eins kloppen, würde schon reichen, oh Gott. Ey, ich bin kurz davor, die anderen einfach... Wie sollst du das Gold abgeben? Ja, warte mal, soll ich einfach kurz zu den anderen hochgehen und einfach ein bisschen Essen schmecken? Achtung, pass auf, Gott. Nein, was ist denn? Hallo? Nein, hat dein Internet einen? Abspacke. Leute, was soll ich machen? Ich gehe jetzt einfach hoch und hole mir Essen von den anderen. Ich brauche einfach jetzt Essen. Ich hoffe, er kommt bald wieder. Was ist denn jetzt los? Ja, Leute, okay. Wir machen das jetzt einfach so. Wir Phantome, ihr seid jetzt... Nein, nein, nein. Achso, die kommen unter Wasser. Oh mein Gott. Ah, nee, okay. Hä? Doch. Alter, könnt ihr euch bitte verpissen. Scheiße. Ich komme wirklich unter Wasser. Nein. Noch ein Phantome ist nicht tot. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Was ist das denn? Wieso? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich reingebaut schon wieder. Ich bin wie eine Fortenheit. Scheiße, habe ich nichts zu essen? Okay, jetzt ist er raus. Oder ist der PC abgestürzt? Hm. Man weiß es nicht. Eine ganz wilde Folge auf jeden Fall. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Oh, ist der Tag. Die verrecken doch am Tag, oder nicht? Nein, nein. Oh mein Gott. Die verrecken bestimmt am Tag, oder? Naja, die verrecken bestimmt. Ich hoffe es einfach mal. Oh mein Gott. Alter, die Lücke. Die war ja übel gefährlich gerade. Okay. Ich, äh, ich, ich, ne, warte, ich werde mir hier nicht pennen. Das ist nicht so schlau. Alter, ich würde zugehen, die reagieren wir es. Ne, aber die haben nur, äh, die haben nur, irgendwie, äh, die, ich muss noch essen, Alter. Okay, warte mal. Red hat mir geschrieben. Nein. Nein, der PC ist abgestürzt. Oh no. Okay. Er ist gerade auf dem Handy. Ja, das bringt mir noch nichts. Ich brauche mir vor kurzem das Essen in deren Base. So richtig dreist. Okay. Ähm. Ja, aber die Aufnahme ist noch da. Okay, zumindest das. Oh mein Gott. Äh, ja. Also ich nehme an, dann, also dann schicke ich dir jetzt diese Folge, dann kannst du das hier so noch ein bisschen als Lückenfüller benutzen halt. Hier. Und. Dann würde ich an der Stelle, glaube ich, sagen, ähm. Ja, Leute. Es ist halt jetzt eine kürzere Folge. Durch diverse Problemchen hier. Äh. Aber es ist halt auch schon spät. Ich weiß jetzt nicht, was er schreibt. Ähm. Ich muss kurz gucken, warte mal. Ich. Es tut mir leid, ich muss hier kurz gucken. Ich muss ihm kurz schreiben, warte mal. Oh. Alter, ich kann nicht schreiben aus meinem Video. Ähm. Okay. Was ist mein er jetzt? Ist es jetzt so okay? Also, ne, er kommt nochmal um. Okay. Oh nein. Aber ich dachte gerade, ich habe den Server verlassen. Okay. Ich hoffe ja, ähm. Also, as always craft und die ganze Bande hier. Ihr seid ja gastfreundlich, nehme ich an. Und deswegen habe ich mich jetzt hier mal ein bisschen bedient. Ja, ist doch, ist doch. Warte, ich nehme das hier raus. Äh, Beweismittel. Äh, löschen und so. Genau. Okay. Was hat Red geschrieben? Das ist die Frage. Okay. Okay, dann, also mache ich jetzt hier die offizielle Abmod. Leute, ich gehe jetzt noch kurz zurück zu meinen Öfen. Leute, wir können hier eigentlich gleich das Sprungbrett hier nutzen. Also, es wäre jetzt so eine Verarsche gewesen, wenn unten einfach Boden gewesen wäre. Ne, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da auf beiden Kanälen. Schaut unbedingt bei Red vorbei, beziehungsweise auch bei mir natürlich. Wir haben uns beide wahrscheinlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und sonst ist er asozial. Ähm, ich nehme hier nochmal kurz alles raus hier, weil wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas gestealt wird. Hier etwas abgesnackt. Scheiße, was schmeiße ich denn jetzt raus? Warte mal, ich mache mir ganz kurz eine Kiste. Dann kann ich hier so ein bisschen unnötigeren Stuff reinmachen, wie hier Fäden oder Knochen oder so. Weil ganz ehrlich, das Gold, beziehungsweise hier ist nur Eisen, ja, ist mir wichtiger. Okay, Leute. Wie gesagt, schaut unter uns vorbei. Und da würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.